Jetzt bin ich draußen, kurz vor der Bahnhaltestelle. Wenn der PC bleibt, dann nicht das Dachschalt. Jetzt bin ich bei der Bahnhaltestelle. Okay, jetzt bin ich an der Haltestelle weiter. Hey Frank, bist du da? Bin ich gerade gehört hier oder was? Hallo, Linden-Dopper. Hier ist der liebe Bau-Fank. Wow, du musst weit weg sein. Ich konnte dich gerade so hören, aber weit, weit weg in die Nacht. Tut mir leid, das kam kaum rüber. Hey, kannst du ungefähr sagen, wo du steckst? Wo ungefähr? Ja, alles klar, es wird auch mal besser. Ja, super. Ich sitze hier gerade bei dem komischen Café, wo wir jetzt mal waren. Ja, aber dann haben wir ja wieder nicht lange gepumpt, ne? Obwohl die Aufnahme läuft, ne? Ist doch gar nicht so weit, oder? Ja, das ist ein kurzer Tierstmanko, ne? Könnte wahrscheinlich besser sein mit einer richtigen Anzelle. An der Likes? Das ist aber komisch, weil die nur Antennen halten, das ist nicht aus, ne? Da müsste das Kram wegflühen. Ja, klar. Ist das noch nicht mal warm geworden? Ja, ich bin gerade wieder in den Hügel gefahren. Ist das Kram noch nicht mal warm geworden? Aber nicht mal drin, ne? Ja. Ja, warm. Ja, ich bin gerade in den Hügel gefahren. Ja. Alles klar, bieb ich ab. Ja, das ist klar, mach mal, ich verdunke mich ganz hemmetrad, irgendwie, was auch nicht, irgendwas, was auch anders. Ich bin dann gleich da, also da ist doch ruck mich drauf, äh, nicht fahrrad. Ja, okay. Äh, ich kann nicht zwar nicht sehen, aber ich denke mal, das kommt nicht so. So, ich bin jetzt hier bei dem komischen Stadtteilbauenhof. Das müsste eigentlich eine super Verbindung sein, das hätte ich weit. Einmal nur da hinten rüber. Ich bin jetzt hier bei dem komischen Markt, irgendwie, bei dem Platz da. Wie heißt das? Walderfahreneil, Platz oder Markt? Ab dem Schaupover oder Flugzeug, ne? So, jetzt bin ich hier bei Nadila, äh, bei der Marktgegend da. 1, 2, 3, Test, Test, mit voller Leistung. Aus dem Rucksack heraus, äh, hören wir uns mal unsere Kiste an demnächst, äh, und wundern uns. Jetzt kommt der nächste Soundcheck. Oh, das kommt ja hier aus dem anderen Gerät raus. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall, ähm, funktioniert das so. Oh, wenn Peter sein Ding noch an hat, ne. Aber, hallo, hallo, jetzt ist er gescrambled? Ne. Ui, yo. Hier, da ist meine Taste. 1, und ich hör mich, haha. Du hast aber nicht so ne sache Situation wie mein Ding hier. 3, 2, 3, voll ausgedreht. Messer. Jo? Ich bin draußen. Ich hör da einen Rotscher manchmal. Was ist das denn? So? Was ist das denn? Meine Funke ist oder deine? Ich höre, du hast... Äh, ja, nicht schön. Bitte leid. Das kommt nicht an. Das ist so ganz bevor es ein Tipp, wenn es nur gekratzt wird. Äh, mach doch mal ein Mikrofon ab, und ich versuch mal ein ohne Mikrofon. Und kann sein, das klingt gerade so wie... So wie... Ich darf mich jetzt nicht mehr aus, und auch so wie die Rüste lösen. Guck mal, bist du hier wirklich auf Kanal 16? Jetzt bin ich auf der 16, ah! Was war denn vorhin? So, bitte noch 15. Das macht man natürlich nicht, ne? Dann ist mir ja auch das Fetty, äh, 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 das Zugerät ständig von der Scheibe gerutscht. Weil die Scheibe so eine Rutschung, und halt, das funktioniert nicht. Ach so, ja. Das ist wirklich scheiße, ne? Jetzt kriegst du jetzt auch mal raus. Ah, jetzt, bitte. Die wollte ich jetzt mal wieder ein Auto holen. Die lassen wir ja nach oben. Ja, ich kann's da echt komplett vergessen. Also, ich weiß nicht. Also, ich hab auch noch mal einen Magnetfuß, aber ich nutze ihn gar nicht mehr. Äh, das Kabel, das kann man wirklich benutzen für... kleine, so als Mikrofonleitungen. Ach, jetzt, ich wollte das nicht. Ich hatte so viel genommen, dass das, äh, so ein Rutscher ist. Aber... Irgendwie! Ne, das ist nicht hier. Aber eben der Hammer, ne? Als ich ins Auto kam, und es war ein Auto, und es ist da, die Türen schwingt, wenn es im Kontext, da hat das Ding nur rausgekuckt. Ja, aber so liebster ist Rutscherstrahl, oder? Ist total. Ich bin davon aus, ne? Und auf jeden Fall, wenn man das Pumse nicht aufreagiert, gerade gleich der Rutscher. Ah, interessant. Interessant. Jetzt fängt meine Kamera an, nach Indien zu bringen. Nach Pupen. Total. So, 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 ich geh mal, ne? Nach Klo, halt, ne? Gut, Peter. Dann werde ich mich jetzt ja, ähm, in Bewegung setzen. Und ziehen wir mal, ganz langsam den Dings da runter. Okay. Wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, wo du langfährst, dann brauche ich die Richtung, wo du gekommen bist, ne? Wenn du da oben bist, auf der Grundschule, über den Kanal, dann kannst du mal oben rein, reinzuhalten, und dann, mal wie ein Finger auf dem Fenster zu halten. So, jetzt habe ich das Mikro, wir haben dann gehört zu. Ja, ich höre, sehr gut. Boah, super, ja. Ja, nee, dann fahrst du ihn, auf die Zeit die Karten und Halt. Wo sind die Halt? Äh, da oben kann man nicht anhalten. Ja, das bestimmt. Autos hinter und Boden, ja? Das geht nur mit dem Fahrrad. Na, nicht direkt auf dem Rücken, aber kurz dahinter, oder kurz davor? So läuft das Regeln. Ach, so, da bin ich fachlich. Äh, ich weiß, dass ich den Kunden von dem Rücken dann nicht zum Ende fahren kann. Das ist doch nicht nur und auch noch unterhalten. Ja, okay, dann schauen wir mal, wie weit das geht, ne? So, wie gesagt, die Antenne im Auto oder, äh, was geht die Antenne da? Das rutscht gleich ein Rücken. Äh, Magnet hab ich angebaut. Also, ich werde das hier schon sonst nicht hinkriegen. Lass dich überraschen. Der ist weiter in Grau. Oh, der ist mal geschaut, du was bei dir. Oh, der Mensch hier hängt am Fenster. Ich hoffe nur, ich muss mich treffen. Es ist ein Rutschzug, gleich wieder nach draußen. Echt nach draußen? Ah, das ist alles ein bisschen kompliziert, weil, äh, die Scheibe ist ja völlig und gereicht und die Antenne muss ich da rausziehen oder so, dass ich mir erst mal die Leitungen habe. Ich bin doch nicht weit fertig. Jetzt habe ich mehr. Wird man schon, ne? Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo ich das Mikro in meinen lasse, wenn ich hier, äh, ja, wenn ich lenken muss. Lässt du halt noch hängen? Kannst du nicht hören? Lässt du halt noch hängen, das Mikrofon, oder? Lässt du halt noch hängen? Kannst du nicht hören, oder? Aber ganz leise. Ah, das geht zumal, ich denke, der Scheiße, ist ja nicht nur möglich. Auf jeden Fall kommt der Rocha-Piep, der kommt super gut durch. Nur die Modellation ist leise. Ist das so, wenn ich so bin? Ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig toll. Äh, so ne Scheiße. Hm, ich dachte, ich hätte die Löwen gefunden. Hm, das war wieder etwas besser. Okay, dann weiß ich jetzt wie. Das war optimal. Oh, da muss ich wieder eins nehmen. Sieht wieder. Hehehe. Ja, da ist wohl ein, zwar ein Vorversteiger drin, aber der ist wohl ziemlich schlecht, oder so. Ja, Ist das am Lautstarkriegel, oder? Soll ich doch zum Suchen steigen? Ja, du hast irgendwas im Mund, ne? Hey, ich starte mal. Hey, das ist das Wischen hier so. Du hast das Wischen selber? Eben hab ich tatsächlich so gehört, so Schnarren, quitschen und so. Es sind wohl irgendwelche, äh, das sind ja noch nichts raus. So, ich starte. Alles klar, und jetzt will ich am Schlafen. Ich weiß, das ist mein Motor, mein Motor. Ah, was ist das für ein Motor, ey? Ich will das Bicol mal aus der Hand. Ah, wenn man Headset will, dann wären wir doch besser. Ich zieh dich auf. Headset mit Pops. We are on the road. Sehr gut, super gute Verständigung. Ich bin ja nur nicht freundlich, ich bin kein Haar mehr. Ja. Ach so, ja. Ich zieh mal da. Gleich gegenüber. Ich weiß nicht, dass ich hier eigentlich belegen. Warum bist du denn belegen? Ich weiß ja doch nicht, oder bist du das nicht? Oh, das bin ich. Aber der Hammer ist immer, wenn ich fange, nicht hier der Scheibenbeschaden. Ah, so heißt ich was, ne? Hey, da war vorderseitig. Ja, das heißt, vorhin geht. Ja, weil der jetzt so richtig mit dem Power rauskommt von einer guten Antenne. Okay, okay. Ja, kommst doch super gut an dir. Aber wir waren doch bereits nicht weit, oder? Ah, kein Problem mit dir zu. Viel besser als Polen. Ja, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, Antenne im Auto, oder? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist auch noch nicht so schlimm. Ja, ist doch nicht so schlimm. Du betrachtest dein Tränschen, ne? Du sagst, du betrachtest dein Tränschen, ne? Ja, der gehört als Auto. Der muss doch bezahlen, die kaputte Scheibe. Aber du kommst doch gut rüber. Ich hab dich doch gut gehört. Ich hab dich doch gut gehört. Okay, dann machen wir mal Stolz für heute, ne? Ich hör dich auch sehr gut, aber ja, du hast ja auch viel mehr Power. Okay, bis dann. Wow. Kommt noch an, kommt noch an. Ich konnte dich hören. Ich hab dich auch sehr gut gehört. Oh, ich hab dich erheb. Ich hab mich auch sehr gut. Ich hab dich oder nicht erheb, Ich hatte die Láster,